Videopost von Grausini Liebe Sarah Desideria, Dein Video Storytime, wieso ich nie wieder den Gucci Store betrete, hat mit dem heutigen Tag 686.000 Aufrufe. Du benötigst 15 Minuten 35, vollgepackt mit Werbung, um Dein Anliegen zu erklären. Du bist sehr fleißig auf YouTube. Du haust beständig ein Video nach dem anderen über Schminken und Lifestyle heraus. Und Du beweist sogar, dass Geister Dich verfolgen. Hunderttausende schauen sich Deine Ergüsse an. Für die Werbeindustrie bist Du eine erfolgreiche, sogenannte Influencerin. Influencerin, zu deutsch beeinflussen. Du hast Einfluss auf viele Menschen und nutzt diesen auch aus. Du lässt Dich großzügig von Unternehmen wie die M für Deine Videos entlohnen. Dies finde ich prima. Wir leben schließlich in einer freien Marktwirtschaft und deshalb bewundere, ja beneide ich sogar Dich und die anderen Influencer, dass Ihr mit relativ wenig Aufwand und Spaß an dem, was Ihr macht, einen Haufen Geld oder andere schöne Dinge einfahrt. Doch warum zum Fick instressiert es Dich einen Dreck, was in der Welt sonst noch vor sich geht? Warum machst Du Dich nicht dafür stark, zum Beispiel wählen zu gehen? Warum machst Du Dich nicht dafür stark, geflüchteten Menschen in Krisengebieten Geld zu spenden? Du hast Einfluss. Nutze diesen. Sinnvoll. Auch sinnvoll. Herzlichst, Dein Toni Trausini Nach meiner皮icht finalmente da. Von Dich. opioids. Da ist Dich.